Hey Freunde, das ist die nächste Video von Frauen und Antworten. Da habe ich das hier zentral. Hier kann ich essen. Und von der Seite habe ich die Frau und Antwort Nummer 27. Und das war eine sehr wertvolle Frau und Antwort für mich. Wodurch hat Gott der Herr alles erschaffen. Er hat alles erschaffen durch diesen Christen, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Wodurch hat Gott der Herr alles erschaffen. Er hat alles erschaffen durch Jesus Christus, durch den heute die Welt gemerkt hat. Er hat drei Vers 9 in Hebräer 1 Vers 2. Und das ist sehr interessant und sehr fröhlich für mich, wo wir die Tsche für uns sind. Von Gott können sie noch offen reden, aber von Jesus Christus nicht. Von Jesus wollen sie nicht reden. In diesem Bibelfast sagt er ganz klar, Gott hat die Welt erschaffen durch Jesus Christus. Jesus kam Luther auf die Welt. Viele hunderte Jahre aus der Welt gemerkt wird. Aber danach aus Gott der Welt gemerkt wird, sagt die Bibel. Auch die Bibel. Und das ist sehr interessant. Viele, viele Menschen die wir wollen. Dass ihr euch all seht. Von Gott können sie auf und nach dem Bett reden, aber von Jesus nicht. Aber von den helligen Gästen können sie nicht reden, das macht nicht. Und jetzt haben wir befeuert in der Lieder der Kunst klar, Gott endet in der helligen Gäste. Da sie drei sind eins. Wo wir die Bibel noch mit ihnen so viel studieren, wird wir 100% verstehen. Wir werden ammerbarer und ammerbarer, werden uns nach denen fräulich sein. Aber trotzdem nicht so wichtig, was wir alles kriegen verstehen. Was wir wichtig haben, wie wir das Leben haben, für Jesus zu leben. Und wie wir die Bibel studieren. Dann wird Jesus durch den helligen Gäste an dem immer mehr Gäste oben geworden. Wo er immer mehr Gäste klarer und deutlicher geworden. Aber alles, was wir hier in dem Leben nicht verstehen können. Was wir hier in dem Leben nicht verstehen können. Und das ist immer so wichtig. Alles wird uns fehlen. Was wir hier in dem Leben waren. Wenn wir hier in dem Leben waren. Wenn wir hier in dem Leben waren. Und wir haben uns nicht gern Foundation. Wenn wir hier in dem Leben waren. Und wir werden dort noch kommen. Und da werden wir leben. Dann haben wir alles gemacht. Und das ist alles. Was von uns verlangt worden. Und deswegen haben wir uns nicht zu treußen. und wir werden ja Bibel lesen, ein Wort von uns, wenn ihr gefordert wollt. No? Klar, okay, no. Und so sind viele Ditsche. Viele Ditsche sind von der Osten auch noch einmal so. Und jetzt sollte ich hören, wir werden ja die Bibel lesen, denn wir werden ja Dinge sein, die verantwortlich sind. Und das ist 100% falsch. Die malen wir die Bibel lesen, die malen wir verstehen können, und wenn wir das tun, wird wir dann weiter tun. Das war dann eine Story. Die malen wir das nicht von uns verlassen. Aber das darf uns nach Neunichenreich, die nächsten Fuhren, und ich fliege, und ich dachte, was ja immer von Menschen ist. Ich würde sagen, ich kann ich kann nicht fänden, ich bin ein doller Mensch, die können viel besser erklären, als ich. Ich bin ein doll, doll äldre Menschen, wo du so ein fänden, den Kotechismus erklären kannst, und die Bibel. Aber ich bin dort, wo ich glaube, so gut aus der Korn so gut aus der Korn. Und wenn wir einmal mit dem Fuhren hätten, und mit dem sag ich die weh, wo ich die Bibel lehrt, und einmal den einer den nächsten der dort hat, und er gehört, und dort muss ich für die Krexel aus für mich. und da war ich noch nicht abhören, mit Videos merken. und da weh, wenn wir noch die Videos merken, wenn wir immer mehr auf was die Angrün, und immer ich war, vor allem was die Gäste von mir verlangt hat und was du sagen das, das sind die eine wir und du wirst die verunruflich sein. Vielen Dankeschön, Freund, einmal war er für alle Freunde, die mich subscribed haben, die mich einen Daumenklick geben haben, die meine Videos von der ganzen Welt. Vielen Dankeschön. Und für alle Freunde, die ich diese Jahren habe kennengelernt, die ich meine Videos von der ganzen Welt habe. Vielen Dankeschön für ihn. Und ich wünsche Ihnen alle Gäste sehen. Und weil wir mit euch fairer waren, weil wir uns gut und auch mit euch merken, wenn Menschen uns fuhren und WhatsAppen tun und uns dumm sagen. Und ich wünsche Ihnen alle Menschen, die ich kenne, sei von den Funkholz, von wohnungsbekannten Menschen fuhren und fuhren auch von Fremden. Und ich wünsche Ihnen bloß sagen, dass die Leute noch einmal dich merken, wo bloß man dich fuhren, weil wir uns jetzt verfolgen. Und wenn wir jetzt nur verfolgen waren, dann wollen wir auch verfolgen lieben. Aber dort wollen wir noch belohnen. Vielen Dankeschön. Und hier war unsere nächste Video.